Nein, schlussendlich musste ich glücklich sein. Aber ich konnte im ersten Lauf noch rauskriegen. Und jetzt bin ich schlussendlich noch 5. gekommen. Ich habe zum Maximum in meinem zweiten Lauf gemacht. Aber weil ich Goldmedaille am Teamenwende, also werde ich sicher glücklich von Ohren abreisen heute. Denkt man sich nicht auch ein bisschen schade, hätte es für das Podest auch noch reichen können, wenn es im ersten Lauf keinen Fehler gegeben hätte? Ja, mit dem wäre ich in Täti hätte man nichts gewonnen. Das ist schwierig zu sagen. Aber wenn ich dann nicht hängig wäre auf dem Podest, das weiss man nie. Fehler kann dazu im Sport daraus die Lehre schliessen von dem Fehler und weiterarbeiten. Und mit welchen Impressionen reisen Sie jetzt zurück nach Hause? Sicher positiv. Also ich habe eine Goldmedaille im Gepäck und einen 5. Platz mit einem Nordlicht. Ich habe zwei Nordlichte mit. Also zufrieden, ja.